So Leute, was geht ab? Wieder am Start hier. Euer Mr. T. Enemy. So, heute haben wir ein neues Video wieder in einer anderen Kategorie. Heute geht es um berühmte, befürchtliche Aktionen Helden aus dem Alltag, die vor laufender Kammer gefilmt worden sind. So, fangen wir auch gleich mit dem Video dringend an. Also, falls ihr irgendwie auch mal eine Heldentat hattet oder sonstiges, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben oder erzählen. Ich freu mich auf eure Reaction etc. und so weiter. Fangen wir auch direkt mit dem Video an. Also, meine Heldentat war damals, ich hätte damals, weiß ich schon gar nicht mehr, müsste ich überlegen. Nimmt schon zu lange, hatte ich überhaupt eine, keine Ahnung, macht mit dem Video jetzt sofort. und weiter geht. Ja, wie man hier sehen kann, vieles spült sich in Amerika ab. Er rettet das Kind auf der Straße bevor er überfahren wird, also der Nachbar. Ja genau, er rettet sein eigenes Leben und rettet das Mädchen bevor er überfahren wird, also er, er hatte die Schocken genommen. Ja genau, er hilft mit, bevor das hier auch umfällt, beziehungsweise die Machen da zusammen. Ja genau, er hat ihn in der Tendi gegeben bevor die losfahren und der Tendi kaputt geht, also hat er das noch vorher auf dem Dach gesehen, das Auge zu rufen. Ja, er hat ihn dann noch so eben gesehen, du hast den Fahrradfahrer umgefangen. Er facht doch okay, ja, ich weiß. Ja genau, er hat den einen Mann über den Seer-Ausstreifen geholt, weil er gefallen ist. Ja genau. Und er trägt ihn jetzt mal, damit er schneller geht halt, damit er nicht überfahren wird. Und das war die hellen Zeit für ihn in die Abbahn. Aber sie sagen, der Mann fiel in der Mitte der Straße, während er crossing. Schau, wie schnell dieser Motorbike-Driver agiert, um zu helfen. Ja, wie gesagt, er ist verletzt, er rumpelt, fällt runter, er steigt von seinem Motorrad, der Motorrad hilft dem Mann über einen Zebra-Streifen. Finde ich auch Respekt, damit er nicht überfahren wird. When this cargo truck got into an accident, the truckers behind didn't hesitate to stop and save the people inside the truck. Ja, wie gesagt, er ist da umgefallen, die dann ausgeschehen, haben geguckt, ob er in Ordnung ist, weil er mit Leidung umgefallen ist, und helften dann aus dem Fahrzeugkabine. Alle helfen sollen. Ja, genau, die hatten die Scherboskabbe vor der Polizei gecrashed wird, meine Ding. Ja, was für ein Handling, ja genau, mit dem Mann da vor. Also, er sichert auch das Leben des diejenigen. EINI. AINI. EINI. EINI. OK. Ja, wir furchte dich, du würde dich verknüttern. Genau, wie jeder beim Bispo-Spiel kennt, wollte er helfen, mit dem Ball, mit dem Bispo-Ball, wenn man das kennt. Und er hat den Ball weitergegeben, weil er vorstehen hat. Ja genau, das war ein Helden, das hat die richtig geile Gestik von ihm. Ja, wie gesagt, da war Helloween da, hm. Er hat dann das dahingelegt, weil die anderen das nicht hatten, weil die Schüssel leer halt, damit die anderen Kinder auch was hatten, mit den Süßigkeiten. Die waren so richtig Zeit da, um den zu retten, bevor der da vom Balkon fällt, weil der ist eingeschlappt und so weiter und haben den in letzter Sekunde noch gerettet mit mehreren Leuten, einfach geile, geile. Oh, Tschechien. Er ist einfach gegen die Schrank, wie ein Lull. Da kam dann ein anderer, bevor der Zug kam, hat ihn geholfen. Er ist ja dann gegen die Schrank gefahren mit seinem... ...Bike, beziehungsweise... ...Bevor der Zug kam, hat er den Zug, diejenigen überfahren. Das ist auch richtig krasse Helden, ohne Angst zu hauen. Gut abschauen. Oh. Ja, sie hatte Hunger und er, ja genau, die vom Restaurant haben wir dann Essen nehmen, das kenne ich auch, wie bei uns hier. Zum Beispiel die Obdachlosen hier rum, die man dann auch sowas holt, zum Beispiel in der Kleinigkeit essen oder trinken. Ja, die freuen sich dann über so kleine Sachen, so die Mollspände oder bla bla bla. Also man muss dann aber auch gucken, wer dann richtig auch da los ist. Sind hier nicht die Spielen oder... ...Geschickt oder irgendwie die Zyklen oder so. Also, zwei Sachen. ...Geschickt oder so. ...Geschickt oder so. Ja, genau, bevor die Gefahr ist, Respekt hätte er das dann auch... ...und diesen da... ...ich schickt an den Typ. Ja, die Tats... ...die Katze, für irgendwie... ...sie holen die Katze da rein. Mit dem Stab. ...und er hat die dann halt aufgefangen mit dem Tupen mehrere Leute... ...und haben das neben der Katze halt so gerät, bevor die dann auf dem Boden aufplatschen. Ja, das kenne ich auch aus, Amerika. Genau, die Entenfamilien. Das sind ja diese immer mit dem Schoppschild und so, die... ...machen dann so, dass die Entenfamilie über den Zebraschliff gekommen. ...dann ja. Ah, aber du bist besser. So siehst du wie. Ja, genau. Die Katze, weil sie ja die ganze Zeit an... Okay. Vielleicht hat die auch was auf der Erwachsenen ist. Japan. Upon seeing this, a high school girl, who was walking by, ran to the cat and brought it to safety. She saw us as a symbol of how care for others, humans and animals. I mean, the creature has recovered. Yep, and what is that here? Wow, I can't handle that anymore. The sublime unshaving. From Ashila? I don't know. There's just unshaving. Junge, was ist das? Ich sehe, seit 1980? I don't know. Leute, ihr könnt ja mal schreiben, was dabei. Einfach zur Unschaf. Einfach zur Unschaf. Creepy. Ja genau, das Twitch, Alter, wie ich auch hab. Also Twitch, Mr. TNW, follow me. Ich streame Yu-Gi-Oh! und andere verschiedene Spiele. CoD, Pokémon und ja, kann ich so nennen. Just a Ding out there. Genau, das war ja dieses Video. Genau, das hatte ich auch noch gelesen. Genau, da war ein Zuschauer, der die... Genau, das hatte ich auch noch gelesen. So ein Zuschauer, der hat dann, kam dann da rein und hat die dann aufgemacht. Weil die Geburtstag hat er dann für die gesungen. Die dann und aufgemacht. Und so hat die dann auch hinter... mehrere, über tausende Follower bekommen und so. Wegen so ner Aktion halt, also. Weil die alleine waren dann teuerich und so. Und der hat sie dann halt... Das hatte ich nämlich noch in den Nachrichten, das hast du auch in den News gesehen, vor einigen Wochen. Das kenn ich nämlich von Twitch da. Ja. Wie gesagt, ich brauch das Prime. Also, follow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Karp! Ja, er hat dann halt auch Geschenke gekauft, die ist dann... I gotta step away for a moment. A lot of things have been happening. Wie war denn so? Ja, weil die dann... Badamba. Da war halt auch die Emotionsgeschichte von hier. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Hellentaten auch macht, lasst mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Oder such mir Flüssami. Follow me. Like me. Abonniert mich, falls euch das Video befreundet. Und das Glocke aktivieren für jeden Tag. Ich bin auch schon jedes Tag neue Videos und Shorts, Videos und Tiktok etc. And here. 150 Mal im Einatmen. Zwingt auch deine Bassbox mit Ruhe an.